Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen und dieses Mal wird das sein Godspeed, LetUp und WarPlanet Online Global Conquest. Mein Name ist Geralt und wie nicht ganz immer habe ich hier einen kleinen Aufbau mit dabei und das ist nämlich dieses Mal ein bisschen abgewandelt, sage ich gleich noch was dazu. Ist ganz ähnlich wie in der letzten Episode, aber nicht genau das gleiche. Redet ihr schon daran, dass ich hier ein anderes Hintergrundbild habe, was ich jetzt hier gerade tue. Zeigen wir euch gleich vorher noch eine ganz kleine Einführung, was ich hier für Eingabegeräte verwendet, denn wir haben wie immer bei Continuum Gaming die Arc-Maus mit am Start, praktisch immer, manchmal verwende ich auch die kleine blaue, aber in den allermeisten Fällen haben wir die Arc-Maus mit am Start und das ist einfach eine Bluetooth-fähige Maus, die ich eben durch Ein- und Ausklappen ein- und ausschalten kann. Jetzt ist sie im Moment ausgeschaltet und in dieser Form habe ich jetzt natürlich eine super Maus, die ich super in die Tasche stecken kann oder irgendwie mit mir herumtragen kann, irgendwo hinlegen kann. Sie ist ausgeschaltet und sie ist eben sehr flach auf die Art und möchte ich jetzt wieder eine ergonomischere Form haben, um sie eben besser benutzen zu können und sie natürlich auch einzuschalten, wie das jetzt der Fall ist, dann kann ich sie eben noch in diese andere Form hier bringen, so eine Arc-Form, daher kommt noch der Name Arc-Maus und dementsprechend kann ich sie eben dann auch wieder verwenden, um hier eine Steuerung vorzunehmen. So, dann ein ganz ähnliches Prinzip hat auch dieses fordere Keyboard. Das ist einfach ein sehr, sehr flaches Keyboard, das man auch noch so zusammenklappen kann, also auch für die potablen Nutzung total super und hat darauf einfach eine vollständige Tastatur bis auf den Keyblock, den gibt es hier nicht, einfach der Größe geschuldet. Deswegen geht dann einfach hier über die Sondertasten natürlich, wie es halt auf einer normalen Laptop-Tastatur zum Beispiel bei kleineren Laptops auch der Fall ist und ist natürlich aber dadurch super, super schmal und relativ klein. Ich kann sie auch wieder, wie gesagt, zusammenklappen und ist sie in diesem Formfaktor, kann man hier sehen, auch eine schöne Geschichte, kann ich auch wieder super in die Tasche stecken oder was auch immer und wenn ich sie wieder auseinander falte, dann klappt das Ganze, wird übrigens geladen über diesen Anschluss hier, also hier gibt es einfach so einen USB-C, falsch in dem Fall ist ein Micro USB-Anschluss, in dem ich eben den Akku in diesem Teil geladen kann und der hält ganz schön lange. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich irgendwie aufgeachtet, wie lange, aber so ein Viertel bis halbes Jahr klappt das meistens, bis dann mal ein neuer Ladevorgang benötigt wird. Vielleicht sind es, ich kann es euch nicht sagen, guckt es nach, wenn es euch interessiert. Auf alle Fälle sehr lang bei dem ganzen Ding und ein riesen Vorteil hat das Ding auch noch, denn das hat was damit zu tun, was wir hier jetzt für einen Aufbau haben, man kann dieses Teil an verschiedene Geräte koppeln. Das heißt, ich habe hier oben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zuzuweisen, kann man immer sehen, wenn ich da jetzt noch einmal hier eine Taste drücke, da oben kann man sehen, dass jetzt eine der Leuchten eben blinkt und auch was für ein Betriebssystem ich im Prinzip hier für diese Tastatur verwenden möchte, geht nämlich mit so ziemlich allem, was ich irgendwie habe, von dem iPad, Android oder auch Windows und Windows dann entweder irgendwelche Smartphones, wie wir das jetzt hier machen oder zum Beispiel auch das Surface oder was auch immer ihr da verwenden wollt. Und auf die Art könnt ihr das Ding hier halt super verwenden und eben auch gleichzeitig oder eben mit so einem Switch für verschiedene Geräte, was ich richtig cool finde und das benutze ich in dem Fall hier jetzt. Denn in unserem jetzigen Fall verwenden wir nicht das NUMIR 950 XL, wie das ganz häufig bei uns der Fall ist, sondern ich verwende jetzt einfach mal das Alcatel Aisle 4 Pro. Das ist einfach dieses Smartphone hier, da haben wir auch oben eine kleine Spezialepisode dazu gehabt, wo ich das vergleiche mit anderen Sachen und das geht ganz genauso und was ihr auch merkt, hey, da ist ja gar nichts angeschlossen. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich leider letzte Woche mein USB-C Kabel auf USB-C Kabel, was ich habe, gekillt habe. Ich habe keine Ahnung, ob man es wirklich sehen kann in der Kamera, aber der eine Stecker hier, da bin ich leider draufgetreten und den hat es dabei ziemlich verformt und dementsprechend kann ich den jetzt leider nicht mehr verwenden. Ich habe mir auch schon ein neues Kabel bestellt, aber weil jetzt in Deutschland hier bei uns eben letztes, also in der letzten Woche zwei Feiertage bei uns jetzt sogar waren, da ist nämlich irgendwie der Tag der Deutschen Einheit dabei gewesen und der Luther-Reformationstag hier bei uns, das ist nicht in jedem Bundesland gewesen, bei uns aber schon und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es deswegen ein bisschen länger dauert. Nächste Woche ist er auf alle Fälle da, er wurde mir für den Montag angekündigt, dass er geliefert wird. Ich hoffe, dass er dann auch wirklich nächste Woche zur Verfügung steht, aber ich bin ziemlich sicher, dass das so ist. Gut, dann würde ich sagen, habe ich eigentlich ziemlich viel und genug gequatscht. Und wie letztes Mal schon, habe ich das Ding jetzt hier einfach über Wireless Continuum eben verbunden. Das heißt, ich habe hinten ein, wo jetzt habe ich das weggepackt, Moment, ich gucke gerade mal, ob ich schnell drankomme. Ja, komme ich, okay. Ich habe einen Wireless Adapter im Prinzip verwendet, das ist dieser Microsoft Wireless Adapter. Es gibt noch weitere, die sollten Wi-Fi direkt zertifiziert sein, das ist die beste Variante von diesen Adaptern. Ihr müsst nicht unbedingt einen Wi-Fi direkt zertifizierten nehmen, aber der hat zwei Vorteile. Der ist relativ schnell, hat relativ latenzarm dadurch und ihr müsst ihn gar nicht in euer WLAN einbringen. Und das ist natürlich richtig cool, denn das heißt, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwie bei Kumpels unterwegs seid oder irgendwie bei Kunden oder was auch immer, ihr trotzdem diesen Wireless Adapter hier verwenden könnt und auf die Art eben dann gar nicht erstens ein Netzwerk rein müsst, bei dem ihr braucht kein Passwort wissen und so weiter und so fort. Und könnt halt trotzdem das Smartphone an den Fernseher hier bringen und eben diesen Desktop-artigen Zustand auf den Fernseher bringen und ihn eben in dem Fall dann auch über diese Art von Touchpad-Geschichte hier steuern und das Ganze eben verwenden. Ziemlich cool, macht auch relativ viel Spaß, besonders mit dem Alcatel ID.4 Pro finde ich, weil das ist wirklich ziemlich latenzarm, was den Spaß angeht beim Lumia 150 XL. Zumindest bei meinem jetzt, das könnte auch damit zu tun haben, dass das Ding einfach langsam ziemlich voll ist. Ich habe sehr, sehr viele Spiele drauf und so. Ich habe eine 200 Gigabyte Karte da drin, das heißt, die ist voll, also praktisch bis zum Anschlag. Dementsprechend habe ich da einfach vielleicht auch mittlerweile so viel drauf, dass es viel zu verarbeiten gibt und bei dem hier, das ist eben noch ein bisschen frischer, habe ich noch nicht so viele Sachen drauf. Aber eben die drei Spiele, die wir uns jetzt hier anschauen, sind natürlich hier drauf installiert. Dementsprechend werde ich das jetzt auch verwenden als Computing-Einheit. So, wer noch mehr zu Continuum und natürlich eher so der Wired-Geschichte wissen möchte, geht aber natürlich auch die andere, ich mache euch wieder beide Videos rein, kann oben links in die Ecke gucken. Da gibt es eine Infobox und da erkläre ich noch ein bisschen genauer, was Continuum ist, was dahinter steht, was man damit so machen kann und warum dieses ganze Video hier eigentlich überhaupt möglich wird. Und dann würde ich sagen, ich habe euch jetzt richtig lange zugequatscht, kriegt ihr von mir jetzt einfach mal das erste Spiel gezeigt. Dafür gehe ich einfach hier unten auf mein Startmenü, auf alle Apps und wir gehen hier oben rein und ich gebe einfach mal ein, das ist nämlich jetzt Godspeed. So, so heißt das Spiel. Ich starte das einfach mal los und das ist ein ziemlich, also ich finde es crazy, so ein Spiel so zu machen, aber irgendwie cool, also cool gemacht und eben ein bisschen crazy auch. Wir schauen uns das einfach mal zusammen an. Was dahinter steht, ist im Prinzip ein ganz, ganz altes Spieleprinzip, nämlich so ein Arcade-Spiele-Automaten, den man irgendwo in der Bar oder so in der Kneipe gefunden hat. Und das Lustige daran ist aber, dass das Ding in 3D umgesetzt ist und ihr eben jetzt in 3D diesen Spiele-Automaten vor euch seht. Ihr lauft da hin und guckt, was drin ist, schmeißt ein Coin ein und dann spielt ihr auch in 3D guckend auf dieses Gerät und spielt dann eben so ein kleines Spiel, das eben Godspeed heißt. Godspeed hat so ziemlich auch das, was man da so sieht als Thema, denn ihr kämpft einen heiligen Krieg gegen die Mächte der Unterwelt zu mehr oder minder, darum geht es dabei. Das Spiel selbst ist ziemlich simpel eigentlich, nicht unbedingt leicht übrigens, ziemlich simpel, aber nicht leicht, aber irgendwie cool gemacht finde ich das Ganze und deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Und ihr könnt das Ganze eben hier mit der Maus verwenden, dann geht ihr einfach hier auf Play oder eben nochmal in die Settings rein, wir gucken uns die Settings einfach nochmal an. Ihr könnt jetzt hier verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel die Sprache geht aber, also wenn ihr Deutsch seid, es gibt kein Deutsch, es gibt nur Englisch und ich glaube Polnisch oder sowas, keine Ahnung, irgendeine andere Sprache auf alle Fälle. Und dann eben könnt ihr noch einstellen, ob ihr zum Beispiel Vibrationen haben wollt, Screen-Kontrollen haben wollt und so weiter und so fort. Das hat einfach was damit zu tun, ob ihr das jetzt zum Beispiel auf dem Continuum-Bildschirm hier spielt oder zum Beispiel auf eurem Smartphone selbst. Für Continuum könnte ich jetzt hingehen und könnte die ausschalten, ich habe mir aber mittlerweile so ein bisschen angewöhnt, dass ich so ungefähr die Standard-Settings drin lasse, außer vielleicht die Grafikintentionen oder so, die setze ich manchmal noch hoch, weil meine Smartphones halt häufig relativ gut sind, aber sonst seht ihr, kann man hier nicht viel machen. Gehe ich also einfach mal raus und wir gehen einfach mal hier auf Play und schauen uns mal an, wie das Ganze schnell hier aussieht. Und wie gesagt, das ist das, was ihr euch erzählt habt, es ist alles so ein bisschen 3D-ig gemacht. Ihr lauft jetzt hier auch 3D auf diesen Spielautomaten zu. Jetzt sagt er euch dann auch, schmeißt den Coin rein. Genau, müssen wir also auch tun. Hier seht ihr auch wieder 3D in das Ding. Drück mal drauf. Und jetzt wird er eingeworfen. Und hier seht ihr jetzt, so wird das Spiel aber später gespielt. Das heißt, wir kämpfen jetzt einen, ja, göttlichen Krieg gegen irgendwelche ausgebotenen Hölle, so mehr oder minder. Und das Spiel selbst spiele ich zum Beispiel am liebsten mit der Tastatur hier. Ihr könnt theoretisch auch mit der Maus oder mit den Spielkasten hier arbeiten, aber ich spiele es mit der Tastatur. So, das Lustige ist, es gibt praktisch bei diesem Game nur 3 Positionen, wie ihr fliegen könnt. Sobald ihr von irgendwas getroffen werdet, sterbt ihr dabei auch. Und ihr könnt nur in 3 Positionen fliegen, also Mitte, links oder rechts, sieht man auch an den Buttons hier unten. Und es gibt noch Shield und Beam. Shield und Beam heißt einfach, dass im Prinzip bei Beam wird so ein ganz starker Strahl abgeschossen, der natürlich alles für euch einfach tötet. Und wenn ihr jetzt Shield, also nach hinten drückt, dann könnt ihr eben auch mal irgendwie gegen was gegenfliegen oder von irgendwas beschossen werden. Und ihr haltet es nach außen und geht nicht drauf dabei. Beides verbraucht Energie, die wieder aufgeladen wird, die ihr aber eben deswegen nicht andauernd benutzen könnt. Ich gehe gerade mal hin und drehe mal hier die Mucke ein bisschen runter, damit ich nicht so schreien muss. Ich mache es gleich wieder ein bisschen lauter, wenn wir ins Game selbst wieder reingehen. Auf alle Fälle könnt ihr eben über diese Steuereinheiten das ganze Spiel schon spielen. Und ihr seht auch, es ist eher so aus diesem Bereich beschränkt, aber irgendwie cool gemacht, dass es eben so eingebettet ist in diesen 3D-Raum und so weiter und so fort. Bestimmt auch nicht so leicht zu programmieren, muss ich sagen, dass man es jetzt dann in der Engine selbst nochmal ein Game in der Engine schreibt. Das ist irgendwie cool, nett gemacht und deswegen schauen wir mal rein. Also, Steuerung geht im Prinzip über WASD oder auch über die Falltasten, wie ihr das möchtet. Ich nehme meistens WASD dafür. Und damit können wir das Game jetzt spielen. Vom Prinzip her geht es einfach darum, möglichst lange durchzuhalten und eben Punkte einzusammeln. Und ihr seht, ihr seid eben dieser göttliche Flieger da. Ich habe keine Ahnung warum oder wie man auf die Idee gekommen ist. Das ist halt so. Und dürft eben mit nichts zusammen kollidieren, sonst geht ihr drauf. Einige werden auch auf euch schießen. Und ihr könnt, wie ich hier schon angekündigt habe, eben auch diesen... Ich habe mir da draufgegangen. Passiert euch ganz häufig und ganz schnell bei dem Game. Aber ihr könnt eben diesen Beam zum Beispiel noch abfeuern, wie ich ihn jetzt gerade abgefeuert habe. Und ich zeige euch einfach mal die verschiedenen Modi noch, die man so hat. Und dann, ja, verwockt. Übrigens, ich habe vorhin Vibrationen nicht ausgemacht. Der vibriert jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Aber auch nicht weiter tragisch. Und los geht's. Godspeed, wir fliegen einfach mal nach vorne. Und immer wenn ihr eben eins dieser Monster hier abknallt, dann kriegt ihr eben Punkte. Ihr seht auch, ihr braucht ein bisschen, bis ihr so ein Monster mal erledigt habt. Und ich wusste es so, dass der Vorspfeu-Effekt mir das jetzt hier völlig versauen wird bei dem Game. Aber selbst, wenn ihr es selber spielt, ist es relativ... Also, nicht super simpel oder so. Also, ihr überlebt es schon, nur wenn ihr einigermaßen dabei seid. Aber vom Prinzip her schon ein ganz cooles Geld. Und wie gesagt, ich finde es besonders cool, dass eben hier dieser 3D-Raum dabei ist. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt, ähm... Sagen wir mal, ihr kommt jetzt nicht weiter und wollt jetzt einfach mal... Und vorbei, dann in die falsche Richtung geflogen. Und wie gesagt, ihr könnt eben durch zum Beispiel nach unten drücken. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Da habt ihr es gesehen. Könnt ihr eben dann auch einen Gegner, den ihr zum Beispiel nicht mehr ausweichen könnt oder so, trotzdem... Äh... Trotzdem überlisten, gewinnen, wie auch immer. Ihr merkt, das Spiel ist relativ schnell. Und, äh... Ihr müsst einigermaßen aufpassen, was ihr da tut. Ich spiele es jetzt einfach noch ein, zwei Mal. Und wenn wir dann nicht irgendwie ein bisschen weiterkommen, als wir es jetzt tun, dann ist es halt mal so. Ich bin schon wieder gegen die Wand geflogen. Äh... Auf alle Fälle, das ist das Game. Relativ nett gemacht. Ganz simpel vom Prinzip her. Ihr braucht euch nicht großartig anstrengen und ihr könnt relativ schön damit spielen. Ähm... Wir versuchen es einfach einmal noch. Und ganz wichtig, setzt eben auch mal den Beam und das andere Ding ein. Und hier seht ihr eben übrigens die Energie, die jetzt auch wieder aufgeladen werden muss, bis ihr eben wieder eure Sachen hier verwenden könnt. Ihr könnt sie übrigens einfach anmachen, aber sie halten dann eben nicht so lange. Jetzt haben wir es gerade mal minimal länger geschafft. Da waren Energielevel, was man jetzt aufgeladen hätte können. Und jetzt kann ich den Shield wieder einsetzen. Und leider verbockt. Zu spät gedrückt beim Shield einsetzen. Aber vom Prinzip her, das ist das Spiel. Relativ simpel gemacht, aber irgendwie eine coole Geschichte auch mit der Umgebung, der Location hier. Irgendwie nett gemacht. Und ich finde es viel, viel kreativer, als wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur hier im Mittelbereich oder so verwendet hätte für das Game. Man hat halt wirklich außenrum so eine 3D-Umgebung gebaut. Und das Ganze eben da reingepackt und irgendwie nett gemacht. Probiert es gerne mal aus. Macht Spaß. Gibt es kostenlos im Windows Store. Schöne Geschichte. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hier raus. Und schauen wir uns mal, dass, ja übrigens deswegen auch ein anderer Hintergrund bei mir, weil ich eben ein anderes Smartphone im Moment verwende, als wir es sonst haben. Und dementsprechend jetzt eben dieser Hintergrund. Gut, dann schauen wir uns doch einfach mal das nächste Spiel an. Das nächste Spiel heißt Let Up. Und Let Up ist ein Game, das ist mehr so ein... Moment, ich gehe gerade mal rein. Das ist mehr so ein Wortspiel. Aber auch hier müsst ihr einigermaßen schnell sein. Das ist da, ja. So, ich gehe einfach mal drauf. Denn worum es hier geht, ist im Prinzip, dass ihr verschiedene Worte aus eben solchen Steinen bildet. Also so ein bisschen wie so Scrabble oder sowas in der Art. Und ihr habt aber eine relativ kurze Zeit dafür nur. So, und das Ding setzt euch relativ unter Druck, finde ich. Am Anfang sind es drei Buchstaben, die ihr ordnen müsst. Leider nur auf Englisch verfügbar. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht einigermaßen Englisch könnt, ist das Spiel vielleicht nichts für euch. Aber im Endeffekt ein relativ cooles Spiel, weil es eben relativ fordernd ist, relativ schnell auch abläuft. Und dementsprechend könnt ihr eben am Anfang drei Buchstaben setzen, die ihr in unterschiedlichen Reihenfolgen eben anordnen müsst, um eben dann zu einem Wort zu kommen. Später werden es mehr. Ja, und es geht eben einfach darum, in einem gewissen Zeitrahmen, also ihr habt da oben immer so fünf Sekunden oder so, das ist wirklich nicht viel. Lange mit nachdenken ist da nicht. In denen ihr eben noch dieses Wort legen müsst, um dann zum nächsten Wort zu springen. Ihr könnt dann eure Zeit, die ihr noch übrig habt, könnt ihr für das nächste Wort auch wieder neu verwenden. Das heißt, wenn ihr am Anfang sehr gut seid, sehr schnell seid, könnt ihr nach hinten raus eben auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber ich sage es euch gleich, es ist echt nicht super leicht. Gut, schauen wir uns das Game doch einfach mal an. Also, wir haben hier Achievements, die man angucken kann und wer eben das Game gemacht wird. Sonst gibt es hier nicht viel. Hier oben kann man ausschalten, wenn man Audio nicht haben will. Ich mache eine Art Audio mal ein bisschen lauter, damit man hört, was hier so hinten dran ist. Also, ganz okay finde ich. Passt ganz gut dazu. Und wir gehen einfach mal rein. Hier kann man übrigens durchscrollen. Das ist irgendwie am Anfang so ein bisschen in der Mitte angeordnet. Ich weiß nicht warum, aber das ist nicht weiter tragisch. Hier könnt ihr auf alle Fälle jetzt schauen, wie das entsprechende Game hier eben funktioniert. Hier wird das nämlich mal erklärt. Und das ist im Endeffekt das, was ihr zu tun habt. Ihr habt unten irgendwie eine Anordnung von verschiedenen Buchstaben. Müsst die nach oben schieben in der richtigen Reihenfolge. Und das schauen wir uns dann einfach mal an. Ich gehe mal hier auf Got It. Und jetzt seht ihr da schon, wir haben nur 8 Sekunden, um das Ganze hier durchzuführen. Und leider habe ich es jetzt gerade total verbrochen. Moment mal. So. Also, probieren wir es nochmal. Wir sollen hieraus jetzt ein Wort bilden, was man eben sehen kann. Ich mache jetzt einfach mal, weil hier weiß ich jetzt selber zum Beispiel nicht, welches es wäre, aber Cup-Schein zu gehen. Und so könnt ihr jetzt nach und nach eben Worte bilden. Wenn sie falsch sind, wie in dem Fall jetzt, dann habt ihr theoretisch die Möglichkeit, es noch zu korrigieren. Also einfach oben auf die Buchstaben klicken, die ihr wieder runter haben wollt. Problem an der ganzen Sache ist, die Zeit läuft euch so schnell ab, dass es praktisch nicht möglich ist. Finde ich zumindest. Gut, versuchen wir es nochmal. Manchmal ist es mal ein bisschen schneller. Hier zum Beispiel eben vielleicht Lit. Einfach die Buchstaben anklicken, die ihr für richtig haltet. Hier können wir mal, ja, es wäre Lit. Habe ich wahrscheinlich wieder keine Chance, das Ganze hinzukriegen. Nö. Aber Lit wäre es gewesen. Ihr kriegt es auch immer nochmal aufgeordnet. Okay, kenne ich nicht. Aber was soll's. Back. Das heißt, wie gesagt, ihr müsst relativ schnell sein dabei. Ihr müsst relativ genau gucken, was ihr machen könnt. Und wie gesagt, ihr habt eben nur eine sehr, sehr begrenzte Zeit und das ganze Ding läuft sehr, sehr schnell ab. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich drehe mich mal ein bisschen um bei dem Ganzen hier. Einfach, weil ich sonst sehr schlecht sehen kann, was dahinter steht. Also, Versuch 2. Hier weiß ich jetzt selber gerade kein Wort, was man daraus bilden könnte. Ich probiere es einfach mal, tut es scheinbar richtig zu sein. Vielleicht Int für Integer oder so. Wahrscheinlich ist es dann mit. Ja, habe ich keine Chance. Versuchen wir es einfach nochmal. Tor, Rot, mehrere Möglichkeiten. Dachte eher, dass das eher nur Deutsch wäre. Aber wie auch immer. So. Das ist Pip. Habe ich falsch rum hingelegt. Kann ich vergessen. Kriege ich nicht wieder raus. So, versuchen wir es nochmal. Song vielleicht. Ne. Hess also. Und dann klappt es wieder nicht. Ash sogar. Aber Hess. Hess hätte auch geklappt. Okay, es gibt zwei Varianten in dem Fall. Alles okay. Hier wäre es jetzt wahrscheinlich dann Gott. Das können wir ja mal auskippen. Müsste klappen. Okay. Und hier wäre es Cut wahrscheinlich. Habe ich da falsch rum gemacht. Ja. Also nochmal. Pet. Das haben wir hingekriegt. Neo müsste eigentlich klappen. Weiß nicht genau. Nee. One Villa. Oder Eon. Ging ja auch. Neo leider nicht. Ähm. Kay. Kay. Ay. Ja. Don't know. So sicher nicht. Ja. Jak wäre es gewesen. Ihr seht auf alle Fälle. Ihr müsst relativ schnell sein. Ich finde auch, dass dieses Game hier eins ist, dass man vielleicht sogar besser auf normalen Smartphone spielen kann. Das ist wahrscheinlich ink. Ja. Ja. Geht. Ähm. Toy. Und da war ich zu langsam. So. Aber ihr seht, so könnt ihr jetzt nach und nach aufbauen. Unten habt ihr übrigens auch noch solche Power-Ups. Die habe ich auch noch nicht besetzt hier. Können wir einfach mal hingehen. Dann seht ihr, ihr kriegt einfach eine Menge mehr Zeit dafür. Dann schaffen wir es vielleicht jetzt hier auch mal ein bisschen noch was hinzubekommen. Toy. Ähm. Nicht so mein Spiel, wie man aussieht. Toy. Out wahrscheinlich. So. Wenn ihr das nur eine Weile gespielt habt, kommt irgendwann eben auch. Toy. Das ist kein Wort. So. Damit habe ich jetzt verloren. Oder noch nicht. Ja, ich habe noch Zeit. Stimmt. Ähm. Jod vielleicht. Jod. Okay. So. Und jetzt sehe ich, sind wir eben höher gekommen. Ab Level 5 dann wahrscheinlich. Oder Level 6, wie man es jetzt auch immer sieht. Das wäre ein Live-Brot. Ich hätte keine Ahnung, ob das in Deutschland. Ein Wort ist vielleicht noch Bail. Bail ginge auch. Versuchen wir es mal damit. Ja. Und. Was geht es hier? Juck. Kenne ich kein Wort, glaube ich. Aber scheint ein zu sein. Ähm. Dann gibt es hier. Gilt. Was ist das? Test wahrscheinlich. So wie das für mich hier anfühlt. Und hier hätten wir Bade. 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 Kenne ich selber nicht, was das heißt. Aber vielleicht ist es ein Wort. Ja, ist es. So. Dann hier. Mode. Ja. Okay. Okay. Ich spiele ich euch das jetzt alles vor hier. Ich glaube ich höre gleich mal auf, dass ihr selber spielen müsst. Auf alle Fälle jetzt ist auch die Zeit um. Und ihr habt gesehen, wir haben es geschafft eben 11, äh, Score 11 zu erreichen. Das wäre Miet gewesen, was wir hier hatten. Ja, wenn ich jetzt drauf schaue, sehe ich es auch. Und so spielt man auf alle Fälle dieses Game. Es ist relativ schnell, äh, relativ Puzzle-lastig. Also ihr müsst relativ genau gucken, was ihr hier eigentlich alles, ähm, dann für Wörter setzen könnt und so weiter. Relativ schnell seien dabei. Und wie gesagt, ihr könnt noch so Power-Ups hier verwenden. Die helfen auf alle Fälle. Aber es wird nicht unbedingt super leicht, nur weil ihr die Power-Ups habt. Also probiert es gerne mal aus. Macht auf alle Fälle Spaß. Besonders für die, die eben schnelle Puzzlespiele mögen oder sowas, ist das hier ein super Spiel. Ähm, relativ aufwendig und anspruchsvoll dabei. Und besonders jetzt auf einem normalen Smartphone, weil so ein Touch-Modus ist, äh, super geeignet ist zu spielen. Aber natürlich auch auf Continuum möglich. Und dementsprechend einfach mal ausprobieren. Ich finde es relativ cool. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir doch zum letzten Spiel für diese Episode vor. Äh, und zwar heißt das Spiel War Planet Online Global Conquest. Das habe ich schon so häufig falsch ausgesprochen. Ähm, aber, so heißt es. Und, ähm, das ist ein Game, bei dem man eben eine kleine Armee gegen andere Armeen führen muss. Und zwar relativ aufwendig gemacht und ziemlich cool, finde ich eigentlich. Es spielt immer gegen andere, ähm, andere Leute auf der ganzen Welt. Ich gehe einfach mal rein und wir schauen es uns zusammen an. Ähm, was dahinter steht ist, ein, ja, ein Warp-Game eben. Kein Panzerspiel, auch wenn es so aussieht. Ähm, hier geht es wirklich darum, dass ihr mit verschiedenen Einheiten dann, dann eure eigene Basis aufbaut und dann gegen andere antretet. Und, ähm, andere eben auch dann überrennt. Ähm, es ist ein bisschen so vom Stil her wie vielleicht Age of Empire oder sowas. Äh, nur eben mit sehr modernen Waffensystemen. Und ihr könnt eure Basis aufleveln, Forschung betreiben und so weiter und so fort. Ähm, im Gegensatz jetzt zu Age of Empire, wo ihr eben mit sehr alten Waffensystemen, wenn ihr da unterwegs seid, seid ihr es hier eben mit ganz, ganz neuen. Und, ähm, braucht ein bisschen zum Laden, aber vom Prinzip her ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann man sich auch sehr, sehr lange mit beschäftigen, würde ich sagen. Ist so eine Mischung aus Aufbauspiel und vielen anderen Sachen. Und relativ ernsthaft. Also ihr seht, ihr seid im Moment jetzt im Halloween-Bereich noch, gab es eben so einen Zusatzteil. Ähm, ich gehe da einfach mal raus. Könnt ihr irgendwie, wenn ich gefällt mir klicke, dann halt dann hier noch was kriegen. Auf alle Fälle habt ihr immer die Möglichkeit oder werdet immer hier betreut von dieser Dame, die euch durch die verschiedenen Levels hier durchführt und eben weiterbringt. Ähm, ich hab das Spiel jetzt schon mal gespielt, deswegen werden wir jetzt nicht mehr ganz so viele Tutorial-Inhalte sehen. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, ihr werdet sehr schön durchgeführt beim Spiel am Anfang, was ihr so zu tun habt und was ihr machen könnt. Und jetzt, ihr seht, wir sind immer noch so ein bisschen im Tutorial-Modus. Lustig auch, wir sind hier noch in diesem, äh, diesem Halloween-Bereich. So sieht es natürlich normalerweise nicht aus, aber bei uns jetzt schon. Wir schauen uns das Ding mal an. Da sieht man jetzt die Reichweite dieses Energier-Relays. Das heißt einfach, in welchem Bereich ihr eben bauen könnt. Und, ähm, das heißt, wenn ihr jetzt ein Gebäude irgendwo hinpacken wollt, dann sollte das eben in diesem Bereich um diese Energier-Relays sein. Muss man eben wissen, damit man das richtig spielen kann. Und ich hab das Hauptquartier jetzt hier eben auf Level 4 geupdatet. Ähm, hier kann ich ganz normal eben verschiedene Sachen einsammeln. Das sind einfach die verschiedenen Resource-Points, die ihr habt. Nämlich in dem Fall jetzt Eisen oder Stahl, wie man sieht. Ähm, das hier ist, weiß ich gerade selber nicht, irgendeine Chemikalie wahrscheinlich, so wie es aussieht. Vielleicht ist es, ah, es ist Öl. Sorry, es ist Öl, natürlich. Und, äh, dann eben solche Befehlspunkte, die ihr verwenden könnt. Und, ähm, da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten hier, eure Basis aufzubauen. Ich zoome einfach mal ein bisschen raus, dann können wir hier mal zusammen gucken, was hier alles so existiert. Zum Beispiel eben, wie gesagt, diese verschiedenen Abbaumöglichkeiten hier. Also, eigentlich ist es wahrscheinlich Erz, was da gefördert wird. Und das müsste man erst noch in Stahl oder so umbauen, aber was soll's. Ähm, außerdem hier an der Seite seht ihr immer eure verschiedenen Aufgaben, die ihr habt. Eine davon ist eben im Moment eine Verbesserung, die wir durchführen sollen. Wir haben jetzt genug dafür und das können wir auch einfach mal machen. Muss man hier draufklicken dann. Also immer im, schönes 3D finde ich auch, ähm, immer in der Nähe von diesen, ne, diesen Gebäuden eben draufklicken. Dann könnt ihr eben Dinge damit machen und habt an der Seite immer so ein Kontextmenü, was aufgeht, mit der ihr dann arbeiten könnt. Ähm, in dem Fall, das ist jetzt eine der, äh, der Sachen, die lange brauchen werden. Liegt auch daran, dass ich das schon relativ stark geupdatet habe, das Ganze. Und, sonst kann ich eben das für praktisch jeden dieser verschiedenen Bereiche hier machen. Wir schauen uns auch einfach hier nochmal an, was wir da zur Verfügung haben. Ähm, da kann ich im Moment nichts machen, so wie das aussieht. Genau. Ähm, deswegen können wir da auch einfach wieder rausgehen und können uns hier mal das Ganze weiter anschauen. So, ähm, im Hintergrund gibt es einfach so, so Lärmgeräusche, dass jetzt hier irgendwie Sachen unterwegs sind. Ich drehe das ein bisschen runter, ähm, damit ich nicht so schreien muss dabei. Und, wenn man sich das Ganze jetzt hier anschaut, ihr könnt relativ weit rauszoomen und jetzt eben eure Basis aufbauen. Und wir machen jetzt einfach mal was. Wir gehen mal hier unten auf Bauen und gucken mal, da haben wir fünf Möglichkeiten, Dinge zu machen. Zum Beispiel eine Ölraffinerie können wir noch bauen. Machen wir jetzt einfach mal. Ähm. Okay. Brauchen wir wieder Anforderungspunkte. Wir wollen sie kaufen. Tun wir. Und, wenn wir jetzt eben rausgehen. Ja, das sind jetzt diese Spezialsachen, die ich, äh, die ich pro Tag eben bekomme, weil ich wiedergekommen bin. Ähm, ich gehe hier nochmal drauf. Die Ölraffinerie haben wir gerade gekauft. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf Bauen. Und jetzt kriegen wir sie im Prinzip dann eben an eine bestimmte Stelle gesetzt. Wir können sie jetzt theoretisch hier verschieben, wenn wir das wollen. Ähm, also jetzt zum Beispiel hier irgendwie eins weiter zur Seite setzen. Oh, das müssen wir nicht unbedingt. Ich setze einfach mal hier hin, wo wir uns gerade befinden. Da seht ihr übrigens jetzt verschiedene Einheiten, die in der Gegend rumfliegen und verschiedene Sachen machen. Hier zum Beispiel Panzerproduktion und so weiter. Ähm, Z heißt, die Sachen schlafen gerade. Ich habe also noch nichts weiteres da zur Verfügung gestellt, was man da eben machen kann mit. Und, ähm, jetzt kann man eben verschiedene Dinge dann damit tun. Zum Beispiel das Ganze verbessern, modernisieren, reparieren und so weiter und so fort. Ähm, ich gehe einfach mal hier auf eine drauf. Da können wir jetzt nämlich was produzieren. Und zwar Einheiten. Das werden wir auf alle Fälle brauchen. Und wir werden uns gleich irgendwie mit jemand anderem anlegen wollen. Und ich baue jetzt einfach mal hier so ein Artillerie-Ding. Ihr seht auch, das braucht alles eine gewisse Zeit. Ähm, und was ich jetzt mal einfach machen werde, ist, ich gehe einfach mal auf die Karte. Und wir schauen mal, ob wir einen Gegner finden, gegen den wir kämpfen können. Ähm, das ist ein Multiplayer-Game. Es ist aber kein Multiplayer-Game, in dem ihr jetzt in Echtzeit gegen einen anderen Spieler kämpfen würdet. Sondern, was ihr jetzt tut, ist im Prinzip, die andere Basen angreifen. Oder auch nicht nur andere Basen, sondern einfach auch irgendwelche Vorkommen, die auf der Karte hier verteilt sind. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen, da gibt es hier oben. Ähm, das ist sogar ein anderer Spieler dann, den ihr hier habt. Und es gibt einfach noch Abwehrmaßnahmen und so weiter, die ihr hier alle angreifen könnt. Und, ähm, hier zum Beispiel können wir irgendwie, was ist das, ein Ölfeld. Da können wir einfach mal hinlaufen. Machen wir doch einfach mal. Jetzt geben wir im Prinzip an, was wir da hinbringen wollen. Und ich würde sagen, das lassen wir einfach mal, wie es ist. Und sagen, jetzt versammeln. Und damit kommen jetzt hier meine Einheiten angefahren, angeflogen, was auch immer. In dem Fall jetzt angeflogen, weil ich da jetzt, glaube ich, nur ein, ähm, ein Dings hinbringe, ein Tüppi hinbringe. Okay, ihr seht auch, hier oben passiert auch was. Also ihr habt gleichzeitig, während ihr das Spiel spielt, eben verschiedene User-Aktionen, die hier abgelaufen. Und wenn wir dann gleich da sind, so, gibt es eben jetzt, äh, eine Sammlung bei diesem Ölfeld, wo jetzt eben dann für mich Sachen abgebaut werden. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier vielleicht auch mal einen Player angreifen, um euch das zu zeigen. Also ihr könnt jetzt ausspielen und ihr könnt angreifen. Wir schauen erstmal rein, was der denn alles hat. Ähm, das möchte ich nicht. Wenn ich das jetzt täte, dann würde ich angegriffen werden können. Ich bin im Moment im Friedensschild, weil ich bin nämlich in so ein Verbund eingetreten. Dann könnt ihr verschiedenen Parteien und so weiter, ne, zu, äh, kommen und reinkommen. Und eben dann solchen Bündnissen beitreten. Das habe ich auch gemacht, weil da kriegt man auch wieder Punkte für. Ist auch im Tutorial mit drin. Und dementsprechend könnt ihr da eben rein. Und ich habe aber leider, Moment, ich habe glaube ich im Moment keine Einheiten. Ja, ich habe im Moment keine Einheiten. Das heißt, es bringt mir im Moment nicht wirklich viel. Ich gehe also mal zurück zu meiner Basis und gucke mal, ob ich was bauen kann. Aber ihr seht schon, das ganze Spiel ist relativ aufwendig, was die verschiedenen Möglichkeiten und Bereiche angeht. Ihr habt ganz, ganz viele Optionen, um eben anzugreifen, zu produzieren, einzusammeln und so weiter und so fort. Und so baut ihr nach und nach eben eure verschiedenen Sachen auf. Ähm, da würde ich nichts, das wäre eine Monatskarte, nö, brauche ich nicht. Mach mal zu. Und schauen einfach mal, was man hier vielleicht noch so machen kann. Ähm, das hier müsste auch eine Reparatureinheit ist das. Hier wird es jetzt einfach noch 8 Minuten dauern. Und ich kann ja vielleicht einfach mal beschleunigen. Dann können wir auch mal was machen. Ähm, kostet mich natürlich dann diese Punkte hier. Das sind einfach wieder Punkte, die ihr auch kaufen könnt. Das ganze ähnlich bei diesen Spielen gibt es praktisch immer. Und dementsprechend habe ich hier jetzt einfach mal einen Panzer produziert. Und, oder 80 sogar, so wie es aussieht. Ähm, ihr seid hier immer in einem relativ großen Rahmen, was ihr hier spielt. Denn das ist so mehr oder minder, also wirklich, ihr seid ein Taktiker, der hier rumrennt. Und dann verschiedene Einheiten auf der Weltkarte platziert und so weiter. Das sind aber immer ganze Armeen eigentlich, mit denen ihr arbeitet. Ähm, wir können ja jetzt vielleicht nochmal hier auf die Karte zurückgehen. Und da ich ja jetzt theoretisch dann auch eine Einheit habe, müsste ich zum Beispiel jetzt hier diesen, ähm, auch was mit ihm machen können. Beziehungsweise das bin ich im Moment. Ich versuche mal hier hinzugehen. Das wäre auch wieder so eine Sammlereinheit. Ich probiere mal. Okay, also hier könnte ich jetzt theoretisch angreifen. Ich habe theoretisch noch diesen Friedensschild da. Ähm, ist mir egal. Wir machen es jetzt einfach mal. Wenn ich Pech habe, muss ich halt sonst nochmal hin. Und jetzt seht ihr, wir können ganz verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel eben eine Drohne hinschicken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir spähen hier mal schnell aus. Und da kommt jetzt meine Drohne angeflogen. Fliegt auf diesen, äh, diesen Gegner hier hin. Und er wird hier jetzt eben ausgespäht. Und, äh, dementsprechend habe ich dann später die Möglichkeit eben auch die, äh, äh, Basis einfach anzugucken und verschiedene andere Sachen damit zu machen. Und wenn ich eben ausgespielt habe, ich greife jetzt einfach mal an. Aber nur für euch wahrscheinlich verliere ich sofort. Kann ich gar nicht erst großartig versuchen. Der ist mir wahrscheinlich völlig über. Wir können es einfach mal ausprobieren, was jetzt passiert. Ah, ich kann im Moment nicht, weil ich schon die Kommandanten eben hier zu meinem Ölfeld geschickt habe. Ähm, ja. Auf alle Fälle könnt ihr in diesem Spiel ganz, ganz verschiedene Dinge tun, wie ihr seht. Und ich habe jetzt leider vorhin dieses Ölfeld hier schon mit meinem Kommandanten besetzt. Mehr Kommandanten habe ich zur Zeit nicht. Also brauche ich mich damit im Moment nicht beschäftigen. Ich gehe also mal wieder zurück in meine Basis. Und guck mal, was ich hier sonst noch so machen kann und euch zeigen kann. Auf alle Fälle ein sehr, sehr komplexes Strategiespiel. Probiert es ruhig mal aus. Ich kann euch wirklich nicht alles zeigen, was das Ding so alles macht und was man damit alles tun kann. Ähm, wir werden einfach eine Weile brauchen, bis wir mal weiter sind, was die Geschichte angeht. Hier seht ihr jetzt einfach, wir haben eben ein Dings abgeschlossen. Wenn ihr was beendet, kriegt ihr natürlich auch was dafür. Und könnt eben dann auch ganz verschiedene Dinge damit tun. Und nach und nach eben hier Ressourcen aufbauen und dann eben später ganze Armeen erzeugen. Wir können ja vielleicht mal gucken, was wir für verschiedene Armeen hier erzeugen können. Gehe ich einfach mal hier in dieses Ding rein. Dann gibt es hier oben eben den Produzieren-Button. Und ihr seht, es gibt hier eben zum Beispiel diese Artillerie. Wir können hier einfach mal weiterklicken. Es gibt einen Sturm, also Angrifffahrzeuge. Wir haben Artilleriefahrzeuge, wir haben gepanzerte Fahrzeuge, wir haben Luftfahrzeuge. Also irgendwelche Hubschrauber und Co. Ähm, und davon eben nicht nur einen, sondern, äh, dementsprechend dann auch noch ganz, ganz viele weitere. Können wir hier einfach mal durchgucken. Da sind natürlich viele noch nicht freigeschaltet für mich, weil ich einfach noch nicht in dem Level bin. Das sieht man hier immer Level 6. Äh, ich bin glaube ich Level 3 oder sowas, keine Ahnung. Auf alle Fälle nicht genug, um das jetzt hier auch schon irgendwie holen zu können. Aber so seht ihr, es gibt ganz, ganz viele verschiedene, äh, Möglichkeiten. Das hier ist eins, was ihr von Anfang an im Prinzip bauen könnt. Die Artillerie seht ihr auch, wir haben 460 davon im Moment im Besitz. Und, äh, können auch hier mal durchgucken, was es so alles gibt. Ganz, ganz verschiedene Einheiten und Möglichkeiten, damit eben Angriffe zu führen und gegen andere anzutreten. Der eigentliche, äh, der eigentliche Konflikt oder der eigentliche Krieg, den ihr später führt, den führt ihr im Prinzip nicht wirklich aktiv. Sondern ihr klickt einfach nur drauf, dann gibt es eben die beiden Armeen, die gegeneinander kämpfen. Und, ähm, dann ist das mehr oder minder so ein Automatismus, der abläuft. Und, ähm, ein bisschen, wenn ihr noch die Siedler-Spiele zum Beispiel kennt, ganz ähnlich ist das auch, äh, kommen dann eben verschiedene Einheiten von denen und die gegen euch kämpfen. Und ihr könnt höchstens noch sagen, welche Einheit gegen wen kämpfen soll. Aber viel mehr passiert da auch nicht. Oder welche Einheit, die ihr aufs Schlachtfeld überhaupt führen könnt. Und, äh, so spielte das Ganze. Und das ist eher so eine Aufbau-Kriegswirtschafts-Simulation oder sowas. Und nicht unbedingt jetzt eine aktive Strategiespiel-Geschichte oder sowas. Gut, ähm, da ich jetzt leider gerade ein bisschen blockiert bin, weil ich den Commander da ja, ja, ziemlich dooferweise von mir, äh, vorhin da zum Abbauen geschickt habe, würde ich sagen, beenden wir doch diese Episode einfach mal für diese, äh, diese Woche. Ähm, ihr könnt euch das Spiel einfach mal anschauen. Es ist ziemlich komplex, ziemlich, ah, ziemlich aufwendig gemacht. Schöne Grafiken dabei. Ähm, Audio ist auch ganz nett. Kann mal hochfahren. Ähm, also ihr hört, ihr habt immer so eine, ja, sehr inhaltsschwangere Musik, die jetzt eben, äh, da vorgespielt wird. Auch alles sehr cool gemacht. Sehr militärisch natürlich, weil es ist ein Militärspiel, ganz klar. Ähm, ihr könnt ganz, ganz verschiedene Einheiten produzieren. Ihr könnt Häuser unterschiedlichster Art produzieren, Produktionseinheiten, Verbesserungen vornehmen und so weiter und so fort. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr viel, was ihr tun könnt. Ähm, probiert es einfach mal aus. Sehr schön für Leute, die wirklich solche Strategiespiele mögen und Aufbau mit eben so ein bisschen Kriegsspiel dabei, äh, gerne spielen. Für die ist es genau das Richtige. Probiert es gerne mal aus. Und wie gesagt, ich kann euch nicht alles zeigen gerade leider. Ähm, und ich könnte es selbst dann nicht, wenn, wenn ich jetzt den Commander nicht eingesetzt hätte, äh, weil es einfach alles sehr, sehr komplex ist und in alle Richtungen, äh, sehr, sehr weitläufig ist das Game. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Episode für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein, zwei Spiele dabei, die euch, äh, gut gefallen haben. Äh, schaut sie euch einfach mal gerne an. Sie machen wirklich Spaß, teilweise zumindest. Und, ähm, haben wirklich so ihre Sachen für sich. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Wie immer, kommentiert, liked oder subscribed, wenn ihr das noch nicht getan habt in dieser... Ja, und, ähm, dann würde ich sagen, lange Rede kurzer Sinn sind wir eigentlich durch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.